Bildung und Teilhabe ist eine staatliche Förderung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit wenig Geld. Es werden Kosten für Bildung, Sport, Kultur und Freizeit übernommen. Das Bildungs- und Teilhabepaket fördert das Mitmachen. Im Einzelfall übernimmt das Jobcenter die Kosten für das Ticket zur Schule. Jetzt kann ich zusammen mit meinen Freunden zur Schule fahren. Also das Bildungs- und Teilhabepaket fördert ja so einiges von grundsätzlichen Dingen wie Heften, Stiften, Schreibmaterial für die Schüler, über Mensaessen, wenn das angeboten wird, dass die Schüler einfach ganz normal hier in der Schule mitlaufen können. Mit der Nachhilfe habe ich meine Noten echt verbessert und den Anschluss in der Klasse geschafft. Die Schule macht mir jetzt viel mehr Spaß. Kinder aus Familien mit geringem Einkommen haben einen Anspruch auf Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Das Bildungs- und Teilhabepaket eröffnet ihnen mit dem Zugang zu Bildung, Sport, Kultur und anderen Aktivitäten bessere Entwicklungsperspektiven. Durch diese Leistung können sich Kinder und Jugendliche zum Beispiel in einem Sportverein oder einem Musikkurs anmelden. So können sie Beziehungen zu Gleichaltrigen aufbauen und an Gemeinschaftserlebnissen teilnehmen. Sie bekommen die Möglichkeit dabei zu sein, mitzumachen und gemeinsam mit anderen Kindern neue Lebenserfahrungen zu sammeln. Ich habe schon ganz gut Gitarre spielen gelernt und kann endlich in der Schulband mitspielen. Ich finde es toll, dass das Jobcenter unsere Familie so unterstützt. Die Band ist total wichtig für mich. Wir verbringen viel Zeit zusammen und haben alle Spaß an der Musik. Ich hatte Angst, dass ich bei der Klassenfahrt nicht mitfahren kann, weil meine Eltern mir gesagt haben, das wird knapp mit dem Geld. Dann haben sie einen Antrag beim Jobcenter gestellt und die haben meine Reise bezahlt. Ich freue mich schon auf Berlin. Mir ist das wichtig, dass meine Kinder einen guten Start bekommen. Das Geld für Bildung und Teilhabe hilft dabei. Gut, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ja, noch nie, vielleicht alle amigo Komplassen! Oh, ganz gut! Ja, in Berlin! Bill Gates läuft, mein Ahmed. 裱zięk AP. Taoлыb.